Hilfe! Von wegen du bringst Glück. Du bringst nur Unglück. Und ich check das nicht. Wieso geht es nicht auf? Und ich check das nicht, wieso ich jetzt zwei von denen habe. Ja, ein Heft ist ja auch von letztes Jahr. Aha, so. Und was ist dieses Viertklass Heft? Oh, das gehört Ajita. Ups, mein Fehler. Okay, gut. Jetzt öffnest du das richtige Heft auf Seite 59 und lesest bei der Nummer 11 die zwei Aufgaben, die ich gut unterstrichen habe. Ach, Mann, oh. Hm, vielleicht schaffe ich es hier. Ich brauch schon einen Stift. Ich schreib einfach halt mit Fiolet. Fünf plus Fünf. Fünf plus Fünf. Keine Ahnung, ey. Fünf. 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 So schnell schon? Ach, gib mal her. Hm. Falsch. Falsch. Das müsstest du gar nicht machen. Falsch. 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 Falsch und falsch. Ah, das ist nicht mal eine Zahl. Warte. Warte. Die ist richtig. Oh mein Gott. Die erste Aufgabe, die du in diesen fünf Jahren in dieser Schule gemacht hast. Nein, warte. Die erste Aufgabe, die du in diesen fünf Jahren richtig gemacht hast. Ja, lauft halt bei mir. Das ist deine erste Aufgabe, die du richtig gelöst hast. Herzlichen Glückwunsch, Sandri. Ähnlich Gott. Sandra, Sandri, das muss gefeiert werden. Warte schnell. Hallo? Ja, es ist tatsächlich passiert. Ja. Ja. Okay. Gut, ich schick sie raus. Ich schick sie raus. Gut, sie kommt jetzt gerade. Sie kommt jetzt gerade. Sandri, geh mal sch- Äh, wo ist die? Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Ich hab schon verstanden, was ich machen muss. Ich geh schon mal. Wohin eigentlich? Äh, nach draußen in den Schulgarten. Ja, tschüss, ich geh mal. Ey, ich checkt es nicht. Das ist dein Gesicht und das auch. Was ist das? Ein Hose. Die sind ja voll hässlich. Was haben die für Ohren? Ja. Die sind so lang. Die sind so lang. Ich bin hier. Vielen Dank.